Etwa, gute Gelegenheit, den späten Ausgleich zu machen. Eriksen jetzt. Und jetzt haben sie es, da ist der Ausgleich. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Ja, da sieht man es, das Training zahlt sich aus, Wolf, das war eine richtig gute Ecke. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient, ein richtig guter Ecke.